Hallo bei Grusel, Grusel, heute geht es um das Thema New York. Ja, ich habe es vorbereitet. Geschirr, Grusel, na klar. Und wo ist mein Geld? Grusel, das ist dein Sprechfahrt. Hä? Wird man sich ganz doll anstrengen und dann wird man sieben hier. Es reicht, ich gehe in den New Yorker Börse. Wird Grusel sich weiter überlegt, wie ihr Geld verdient, dann ähm... Hä? Toll, oder? Das sind dolleres amerikanischen... Grusel? Ja, ich bin froh, dass du... ähm, was ist das denn? Oh, ich habe die Studie mal hingekauft. Was? Keine Sorge, Bini. Wir kamen und dann zwei Tische. Grusel, wir brauchen nur einen Tisch. Ich will doch mal eines. Grusel hat unsere ganzen Aspanische gebraucht und Aktiengeschäfte an der New Yorker Börse. Und leider auch mein Hand. Wir könnten verzweifeln. Aber in New Yorker Börse sind wir noch einmal, dass man es geschafft hat, soweit ich Amerikaner bin. Grusel, du bist Amerikaner. Achso. Aber eine Idee habe ich doch. Einen Augenblick. Grusel, nein. Bitte kein... Bitte keine Fotos bis letztlich machen. Wir bin nicht sehr, sehr kitzelig. Mal so. I, I, I. I, I, I. Und dann... Wer sind diese Menschen? Einige, ich habe eine Fotos mit mir? Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Aber diese Rippen zahlen auch. So. Ein. Quatsch. Also. Gehe euch richtige New Yorker an. Und das Geld für unsere Einrichtung kriegen wir eh nicht zusammen. Guck auf den Tisch. Bist du sicher? Wow. Danke. Also Hosen. Weil sie sich in groß. Dein bekanntischen Traumafilm. Was leider nicht geklappt hat. Aber ich esse bleibe nur selbst. Okay. Ne, die haben meine Brusttasche vergessen. Ja, denke ich. Ich... Oh, egal. Ich wollte ein ganz tolles Bild zeigen. Der Skyland von New York. Oder von Skyland von früher. Mhm. Reifst du deine Sachen? Mhm. Ich denke ja. Hallo bei Grüße, Grüße, Hallo. Heute geht das Thema... Ähm. Wie heißt es noch? Ach ja. Australien. Klar. Klar. Tolles Bild, das ich gebastelt habe. Ja. Oder sowas. Also Leute. Es gibt sehr tolle, ist jetzt bekannt. Ja, und sogar heute. Hier ist meine Maschine. Verständlich. Hier ist meine Maschine. Findest du sie toll? Ja. Also Leute, ähm... Wusel, ich stecke fest. Was steht denn dort, ähm... Ah, da steht also... Kein Verhalten. Was? Sei still! Freundchen, hast du's gehört? Hier was... Großes Maschine hat mich angefesselt. Ja, die Spielemusik. Ah, ich bin frei. Äh, äh, ich bin gefesselt. Und da steht ja der Musik, der steht. Was steht denn der Musik? Oh. Großes Maschine hat so eine Verfassungsarsenal. Ja, kennst du Kingo's? Klar, die springen hoch. Und ich auch. Meine Petterschuh ist 3001. Ähm. Ist die alles okay? Willi? Wusel, du bist jetzt fast ungewacht. Ja. Könntest du was machen? Was? Ähm. Was anziehen? Ist auch egal. Hier musst du mich über meine Schuhe. Ja, wieso? Hab reingebaut. Juhu! Das ist ja Wahnsinn! Billy! Billy! Wusel und ich müssen halten. Ja. Wie findest du denn unsere Pferde? Geht was gut. Aber muss wirklich heißen. Okay, dann wird's... M war's. Okay, es wird dunkel. Jetzt reiten wir in den Himmel. Auf die Pferd! Jihau! Das ist es! Das ist ja auch. Gut, 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 gut.